Ich bin Jana Carstensen. Wir haben ein kleines Lohnunternehmen in der Nähe von Vinson Alla und dabei haben wir uns spezialisiert auf die Gülletechnik und haben jetzt vor kurzem bei der Firma Fricke einen Klaas Satteltrack gekauft. Die neue Düngeverordnung fordert es einfach, dass man viel mehr Hightech einsetzt, dass man die Gülle emissionsarm ausbringt und das ist mit Hilfe von einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine möglich. Sie ist auch sehr wendig, dadurch arbeitet man noch wieder schneller, kann die Zeiträume, die immer knapper werden, noch besser ausnutzen und gerade mit dem Hundegang arbeitet man sehr bodenschonend, hat er nicht mehr so viele Verdichtungen und was einfach auch ein großer Knackpunkt ist, wir sehen uns mittlerweile nur noch im Frühjahr die Gülle ausbringen und im Sommer wird es eigentlich immer weniger und wir versuchen eben die Maschine noch dual einzusetzen und somit können wir mit der Maschine noch mal schieben oder eben andere Arbeiten tätigen. Der Klaas Xerion ist für uns einfach ein Allrounder. Für die Fahrer macht es einfach Spaß damit zu arbeiten und sie haben auch dazu noch eine einfache Bedienung, da viele Systeme einfach zusammenhängen und zusammenarbeiten, wie beispielsweise das Schwenken des Hubwerks, wenn der Hundegang eingestellt wird. Als Handelspartner haben wir uns ganz bewusst für Fricke entschieden. Für uns als Lohnunternehmer ist es viel wert, eine gute Kundenbetreuung zu haben. Durch den Verkäufer Patrick fühlen wir uns auch auf jeden Fall sehr gut betreut und gut aufgehoben. Man kümmert sich um alles, was zwischendurch mal anfallen sollte. Es klappt echt super und man kann sich eigentlich immer auf Fricke verlassen.